Herzlich Willkommen bei LUTSTARK! Mein Name ist Gregori Tavoli und heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Besser gesagt, gerade zwei Gäste bei mir. Der Crown und Patrick. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Hi. Crown, erzähl mal, stell dich mal vor. Ja, also mit der Crown, ich habe den Killer-Forsch über 40 Jahre gegründet. Und wir haben recht Erfahrungen gesammelt. Gute und schlechte. Der Beste, was ich gesammelt habe, war 1982. Und mit dem Motto Red of Tournese ging. Und dann gab es einen Big Bang. Die Band ist auseinandergeflogen und hat 20 Jahre lang nichts mehr gemacht. Und dann habe ich die Band wieder revitalisiert. Und ja, haben wir eigentlich gesagt, wir machen eine neue CD. Und dann haben wir auch Songs machen. Und es haben leider Gottes nicht alle Mitglieder der Band gleich viel Enthusiasmus gezeigt. Für dieses Projekt. Darum musste ich nachher schauen, dass wir neue Sänger bekommen. Dass irgendwie ein Vorwärts gegangen ist. Und dann hat mir die Litoriste Peter Bergir einen Link geschickt. Voice of Germany. Soll das mal gucken. Und hat geschrieben, so eine Sänger sollten wir haben. Und dann bin ich auf die Tastatur runtergefallen. Und dann habe ich gleich den Berger angerufen und gesagt. Nein, nein. Nicht so einen Sänger. Den Sänger müssen wir haben. Ja, den Sänger, ja. Und voilà, da ist er. Ja, ich bin seit Oktober bei Kieler dabei. Eben, wie der Crown gerade erzählt hat, sind wir mehr oder weniger auch über Voice of Germany. Dafür bin ich auch dankbar. Und dafür hat es sich auch gelohnt dabei zu sein. Ja, da bin ich bei Kieler dabei. Und ja, bin gespannt was kommt. Und freue mich auf das was kommt. Weil es sind einfach super geile Sänger. Und das ist Rock'n'Roll. Wie ist denn diese Chemie im Team so? Wie macht sich der Patrick dann im Killer? Ja, ist... Ist er ein Arschloch? Nein, sorry, aber das ist jetzt genau das, was wir gesucht haben. Weil, sorry, aber die meisten Sänger sind irgendwelche Dieben, die irgendwie eine Hauswelle haben oder sonst ein Popo und jetzt nicht können singen wegen diesem, wegen jem. Und der Paddy hat sich sofort aus dem herausgestellt, was ich eigentlich suche. Es ist der Typ Kumpel. Wie siehst du denn dann die Zusammenarbeit mit Kieler? Das ist einfach fantastisch. Also die Leute sind super. Das ist Drama. Alles wunderbar. Ich sage ja, ich nehme zwei Stunden Fahrzeit in Kauf, um in Basel nachher zu stellen, dich mit ihnen zu proben. Und da wirst du jedes Mal belohnt. Du kommst an, die sind einfach gut drauf. Da ist nichts nervig, da ist keine Hektik im Raum. Es geht einfach prinzipiell ums Musikmachen. Und das ist ja auch das Schöne bei der Killerband, wo ich jetzt dabei bin. Dass man sich auch selber einbringen kann. Ich habe mittlerweile ja auch ein paar Texte geschrieben, die sogar angenommen wurden. Das haben mich sogar echt gewundert. Weil Songwriting ist so eine Sache und es muss einfach passen. Und das schaffen wir schön dran miteinander. Und es wird wirklich wunderbar. Und wie gesagt, ich glaube, die Zeit ist reif wieder für Rock'n'Roll. Im Radio wird so viel Misch gespielt und Kreuz und Chör. Und die Leute, man merkt es einfach, die Leute wollen wieder ein bisschen lange Haare, Koppelstiefel raus, Party machen, Rock'n'Roll halt. Und ich denke, die Zeit ist reif. Ja, Musik passt auch wie Faust aufs Auge. Also es ist Rock'n'Roll. Das ist genau das, was ich machen will. Und witzig war ja einfach, dass wir bis jetzt maximal dreimal geprobt haben, zusammen in einem Raum. Ansonsten ist alles ein wenig über Multimediale. Es hat gepasst. Es hat gepasst. Sie haben mich einmal besucht. Also es ging dann über WhatsApp hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, komm mal vorbei, jamme mal ein bisschen. Dann habt ihr mir drei Songs geschickt. Die habe ich innerhalb von drei Tagen mehr oder weniger aufgebürdet. Und dann haben wir uns getroffen im Proberaum bei mir im Hegau nach. Und haben nochmal ein bisschen rumgejammt. Und das war einfach nur fantastisch gemacht. Da hat also die Luft gebrannt. Das hat man regelrecht gemerkt. Das war einfach nur toll. Wie ist denn die Produktion dieser CD bis jetzt gelaufen? Ja, er ist jetzt seit Oktober bei uns. Aber in einem anderen Monat ist mehr gegangen, als im vergangenen letzten Jahr. Also mehr vier Saisons, die wir geplant haben. Und das Album wird endlich der Frühling rausgekommen. Weil es hat jene Leute, die darauf warten. Wie man sieht, die CD wird absolut den Hammer. Und auch wenn Paddy am Anfang nicht so überzeugt war. Aber mein Pump-Action im Rücken hat dann doch gemacht, dass er gekommen ist. Sehr schön. Und was geht's denn mit den Songs Thematik? Ja, um Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wobei, wenn man es jetzt ein wenig an der heutigen Zeit anpassen und aus dem Alter, müsste ich eigentlich sagen, wie Agraculcident und Rollator. Die Leute passen einfach auf, wenn die CD rauskommt. Und schaut, wo wir spielen und guckt es euch einfach an. Macht euch ein Bild. Ob es euch gefällt oder nicht, werdet ihr ja dann sehen. Ja. Oder? Ja, ja. Und liebe Leute, seien doch so gut, wenn ihr euch so gut seid. Und kauft ihr nachher unsere CD, dann kann ich auch wieder mal eine warme Hühnli-Suppe essen.